Ich habe endlich einen Brief von meinem Mann bekommen. Guten Abend. Kann ich Ihnen behilflich sein, Fräulein? Ja, ich habe Reisedokumente für Herrn Heinrich. Ist er da? Nein, er ist momentan in einer wichtigen Besprechung. Sie können gerne in seinem Büro warten. Er kommt gleich zurück. Ich habe Sie noch nie gesehen. Darf ich fragen, was Sie an meinem Fenster so suchen haben? Verzeihung, Herr Kommandant. Ich wollte gerade nur etwas frische Luft schnappen. Ich bin Gerda Schneider. Ich komme aus Berlin, um Ihnen Ihre Reisepapiere zu bringen. Fräulein Schneider. Ich habe auf Ihren Auslandsstudium gehört. Es war in Cambridge, oder? Ja, das ist richtig. Wenn es Ihnen jetzt recht ist, kann ich Ihnen Ihre Reisepapiere zeigen. Also, da kommen wir noch sicher. Vielen Dank. Danke mir sehr noch nicht. Fräulein Schneider. Und now, if you will indulge me, perhaps we can converse in English. As you know, I'm sure practice makes perfect. Bitte. Nehmen Sie das Platz. Have a seat. So. Herr Gruber sent you to arrange for my departure. I am flattered. It was Herr Kommandar Spiegel. Sehr gut. Sehr gut. One cannot be too careful these days. You look so serious. Let us drink. For my return to the Fatherland. The French deserve each other. But my God! I will miss the cuisine. Take the Ortolan. That tiny, delicate songbird. Its eyes poked out so that it can gorge. and then it's drowned in cognac. It's ingenious. I'm not sure what I will miss more. Savoring this sweet flesh or watching it thrash to death. But there is one thing of which I am certain. Watching your son flail as he drowned under my boot gave me the greatest pleasure of all. Lusanne! 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 This is for my comrades. This is for my son. Es ist für mich. Es ist für mich. Die gewünschten Berichte aus Berlin sind gerade gekommen. Ich werde sie mir schnellstmöglich ansehen. In Ordnung. Ich glaube, jemand wurde umgebracht. Ich komme zu spät zu seiner wichtigen Besprechung. Frau Lein, Ihre Tasche, sofort! Sie sind immer entschuldigt. Wir wurden verabschiedet. Die ganze Blödi-Place ist auf alert. Sie haben unsere Kontakt. Ja, ich habe die Explosiven. Wir bleiben auf mission. Wir werden in der Städte, nachdem Sie die Chargers geöffnet haben. Ich habe zu sein. Be quiet. Be quiet. Be quiet. Be quiet. Be quiet. Be quiet. Thank you. I'll be here if you run into trouble. Awk. Untertitelung des ZDF, 2020 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 I need that aid kit! Roll it! The garrison's almost clear. It's not over yet. The Germans will mount a counter-tact. Jerry's still inside. We have to take him out. Yeah, take this. Russo, get a smoke in there. Clear the lobby and then sweep the building. Enemy reports are coming. All right, do it. All right, do it. All right, do it. All right, do it. Yeah, take this. Russo, get a smoke in there. Clear the lobby and then sweep the building. Enemy reports are coming. All right, do it. Hey, 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 hey! Area clear. Daniel, Sussmann, head upstairs and secure the second floor. We'll clear out the rest down here. down room clear Wir sind hier! Wir haben uns die Verfahren zu setzen. Die Deutschen werden hier bald kommen. Wir sehen sie von hier kommen. Wenn sie nahe sind, benutzen die Molotovs. Die ganze Stadt sind zurückgekehrt. Wir sind fast da. Sie sind schlafen in der Straße. Hier sie kommen. Daniels, aim for the driver. Everyone else, wait until they're in range. MG ist auf der Brieche. Keep'em auf der Brieche. Schlafen. . Ich bin hier von der Brieche. Ich bin hier von der Brieche. Ich bin hier von der Brieche. Ich bin, lass mich wurden. Ein Nachmittag. Anfänger sind in der Brieche. The whole city is fighting back, we are almost there. They are throwing smoke down the street. Here they come. Daniels, aim for the driver. Everyone else, wait till they're in range. Nice shot. MG's, open fire. Keep him off that bridge. Flamethrower in front. Snipers from the building across the center. They're getting too close. Enemies in front, use your Molotovs. Half-drax coming across that bar bridge. Move it! Take out that half-drax turret. Go! Move it! Move it! Half-drax coming across that bar bridge. Get your JMOB! oh first a kid here here you go good night out they're making a push you fall you 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 Ich bin der Halftrack. Sie sind in den Schrecken, mit den Molotow-Kocktails zu tun! Der Schrecken! Oh First thank you here Toss it! Catch! See him? My means Arm! Come on! Oh no! Affirm! Toss it! Das war's. 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 War's. Das 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 war's. Daniels. Das war's. 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 Das war's.